Der Ball an den Pfosten und wieder ins Feld. Kylian Mbappé-Lotard. Ist das der Ausgleich? Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Die Chance! Schön dazwischen gegangen. Mbappé. Es gibt Ecke für International. Ecke kommt kurz. Gnabry. Lukas Klostermann. Pfosten, aber es geht weiter. Klostermann jetzt. Sehr gutes Tackling, das war wichtig.